Ich habe vorher FC Köln in Deutschland gespielt, in Fuppertal und in Allemannia Aachen. Von Fuppertal kam ich nach Belgien, das war in Eupen. Und nach Eupen bin ich zu Mons gewechselt und von Mons nach Kulturell-Club Anvers. Was denkst du hier in Antwerpen für uns? Von Anwerpen, das war ja erst mal mein Baugefühl. Ich habe Anrufen von Fuppertal bekommen. Ich habe Angebote von Fuppertal in Belgien bekommen, in der 2. Liga, Top-Club. Und dann kam die Anrufe von Karl, der Manager hier. Und dann hat mein Baugefühl gesagt, ich spreche mit Anwerpen. Ich habe mein erstes Spiel hier in der Saison, glaube ich, vor vier Jahren mit Eupen gespielt. Ich war hier, das war mein erstes Spiel in Belgien. Und da habe ich diese Karneval-Stimmung im Stadion gesehen. Das hat mich in Köln geändert. Und weil ich aus Köln komme, dann habe ich gesagt, okay, noch ein Karneval-Verein. Ich bin nur Karneval-Typ, deswegen bin ich hier gekommen. Okay, du bist sehr glücklich hier in Antwerpen, auf deinem ersten Tag des Trainings. Was denkst du über unseren Trainer? Ja, mit dem Trainer habe ich noch nicht viel gesprochen. Aber von Unverlier und man informiert sich von anderen Spielern oder anderen Leuten. Man hat bis jetzt nur positiv gehört. Und das ist ein junger Trainer. Ich glaube, er steht auf moderner Fußball. Und das ist die Attraktivität von jedem Spieler, der mit einem jungen Trainer arbeitet. Weil in Zukunft sage ich immer viele. Und er weiß es ja besser. Und von denen kann ich noch viel lernen. Und mit meiner sportlichen Entwicklung hier und von der Zukunft hier. Man hat nur positiv von denen gehört. Und das hat mich auch überzeugt, hier hinzukommen. Ich glaube, du kennst Kevin Orris. Das ist der Streicher, der wir in diesem Zeitpunkt verloren haben. Und jetzt bist du mit Kevin. Kannst du dich auf dem Feld mit Kevin vergleichen? Bist du anders? Bist du den gleichen Tore oder nicht? Ich kann nur für mich sprechen. Ich kenne den Kevin nicht. Ich kenne ihn, weil ich andere Vereine gespielt habe. Ich habe damals in Eupen gespielt. Er hat hier gespielt. Aber er hat viele Tore hier gemacht. Das muss man erkennen. Aber ich bin hier nicht im Ziel von Kevin zu verfolgen, sondern meinen anderen Weg zu machen. Und meinen anderen Weg zu machen bedeutet, dass ich der Mannschaft helfen kann. So mehr ich kann, so mehr Tore ich machen kann, so mehr ich wichtig für die Mannschaft sein würde. Und nur mit der Mannschaft kann ich Erfolg haben. Und Kevin hat seine Sache hier gut gemacht. Und ich bin auch hier gekommen. Und er ist dieselben Fan, was Kevin zufriedengestellt hat. Und das möchte ich auch diesen Fan zeigen. Dass ich auch mit meinen Toren, mit meiner Motivation, mit meiner Kraft zusammen mit diesem Fan irgendwann mal in die erste Liga zu kommen. Dafür habe ich einen Vertrag für zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gemacht. Du kennst wirklich die zweite Liga sehr gut in den letzten Jahren. Es hat nicht funktioniert für dich in der ersten Liga. Du denkst, dass du besser in der zweiten Liga als Streicher bist? Ja. Ich denke, ich bin der erste Liga Stürmer. Das ist jetzt die letzten beiden Jahre für mich nicht optimal für mich gelaufen. Weil davor sind die Italiener ein Investor in Eupen gekommen. Dann hat es Stress gegeben. Und dafür möchte ich auch bei dieser guten Stimmung hier nicht sagen. Aber das war ja schlechter gelaufen. Und in Mons ist das gelaufen. Ich habe eine andere Stürmer Konkurrenz gehabt. Leider für den gut, für mich leider. Aber er hat immer seine Tore gemacht, wie man das jetzt sieht. Er ist Torjäger in der ersten Division. Mit solcher Konkurrenz kann man viel lernen. Und kann man auch viel dazu Motivation haben, hierhin auch etwas zu bewegen. Und dafür habe ich hier gekommen, um wieder einen Schritt nach hinten zu machen. Weil auf Deutsch sagt man immer, du kannst einen Schritt nach hinten machen, um besser zu springen. Und das habe ich heute gemacht mit diesen ganzen Leuten hier. Und da bin ich ganz heiß mit ihnen, was möglich zu schaffen. Und dann, sobald es möglich ist, nächste Saison, wenn wir das diese Saison nicht schaffen, nächste Saison auf jeden Fall in die S-Liga mit einzugrafen können, um diese Kulturvereine wieder belebt zu haben. Are we going to see you on the field this Saturday already? Das weiß nicht. Das ist die Sache von Karl. Und das ist, ich werde mich freuen, wenn ich hier diesen Samstag spielen kann. Und gerade für Publikum direkt, dann mit den guten Leistungen zu bringen. Das wäre für mich optimal. Aber ich hoffe nur, dass Karl das hinkriegen kann, dass ich diesen Wochenende spielen kann. Und das wäre auf jeden Fall zu meinem Interesse. Direkt in Kontakt zu meinen verrückten Fans, direkt Kontakt zu haben. Das wäre auf jeden Fall für mich optimal. Einsteigend zu haben. Okay, danke schön für diese Interview. Okay. Tschüss. Take two. Okay, Mambongo, Freddy Mambongo Deutsch. Duis. Duis, okay. Okay. Jan, am we going to head my best Dutchman up? Jan, we're going to head my best Dutchman up! God damn. God damn, die we have to live! God damn, don't go and cross it all.